Ende der WM-Gruppenphase Mit dem dritten WM-Gruppenspieltag wird das Fernsehen etwas komplizierter. Um etwaige Absprachen zu verhindern, finden die letzten Spiele in den Gruppen immer zeitgleich statt. ARD und ZDF übertragen weiter alle Spiele, wählen aber aus, welches Match im jeweiligen Hauptsender und welches im Digitalprogramm der Öffentlich-Rechtlichen zu empfangen ist. Hier die Übersicht der Spiele und der übertragenen Sender. Montag, 25. Juni Spiel Sender Dienstag, 26. Juni Mittwoch, 27. Juni Donnerstag, 28. Juni Sollte die deutsche Mannschaft weiterkommen, überträgt die ARD das Achtelfinale und das Halbfinale mit deutscher Beteiligung, das Viertelfinale würde im ZDF zu sehen sein. Das Spiel um Platz 3 überträgt in jedem Fall die ARD, das ZDF das WM-Finale. Die Verteilung der anderen Spiele ist noch offen. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team